jo leute herzlich willkommen zurück zu lucky rush und mit am start mal wieder der basti seit lange mal wieder also wir spielen mit plus 100 creeper lucky blocks und die andere hälfte vom inventar die halloween lucky blocks denn die haben ein update bekommen da warum back das immer so rum die brunnen manchmal ich bin einfach durchgefallen ich guck jetzt mal dass ich diese teile aufsammeln kann das sind blöcke gute blöcke die man brauchen kann ich habe gute portion wieder eine gute portion pufferfisch lol alter ist damit dabei kann ich mal kurz 1 machen jetzt leck 1 ok ok jetzt fliegt man nicht runter was kommt da leck nice alter noch ein brunnen man fliegt schon wieder durch die brunnen baggen rum voll komisch und der schrei der kommt wenn man stirbt aber ich finde den jetzt nicht so schlimm ich finde ja ich habe wieder das schwert mit den zwei milliarden schaden bekommen ja ich auch das royal guardian schwert was ja royal guardian da kommt ein ender drachen macht leg 2 wow aua der sieht aber warte leg 2 aua jetzt hat er mich runter gehauen scheiß ender drachen und dann habe ich noch das ich habe es noch mal bekommen ich auch nice was mache ich jetzt ich krieg aus dem scheiß ding nie dinge pfeile ich krieg richtig gute bürgen aber nie pfeile ich behindert und wieder das flug item hat ein flug also geht richtig hunderte creepers gott gott boots yes ich habe ich auch schon ich habe phantasia lucky blocks hä woher aus einer kiste ich zieh die mal an kann man ein bisschen fast bridgen mit den gott boots einfach fast bridgen voll gut lol happy halloween ja ich stehe übel weit weg und runter gehauen alles klar respawn was ich habe schon wieder den teleporter der nicht geht man das hergerlich das was wir hatten in meiner folge ja das ist mies alter diese dummen zombies oh ender drache wieder die mitte ist kaputt das sind noch ein paar blöcke da glaube ich ich muss jetzt endlich irgendwas loswerden weg da kann jetzt nix raus ich habe irgendwie nicht wirklich was gutes raus bekommen ja dann wird es ein spannendes battle würde ich sagen also schon ein gutes schwert oder so aber sonst bürgen habe ich habe ein gott wo aber keine pfeile wieder mal ja der gott wo der schau gott die na oh wartet das kauf ich mir das reicht immer schade kann man den gott wo einfach so nein schade hätte ja sein können dass der keine pfeile braucht ja so wieder illuminati die pfeile ja 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 mann 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 das könnte ich da noch meine ganzen potions ey das ist ein nordpol oh halt äh der dumme villager bleib hier will noch was kaufen Alter krasser Scheiß. Ok. Ich mach mal kurz Leg 1. Ja. So. Jetzt guck ich einfach mal ob ich hier noch irgendwas... Nein! Warum hab ich die? Ich trottel. Egal vielleicht krieg ich noch was. Ne, ich hab Gold und Dias und so weggeschmissen. Obwohl man eigentlich bei den Lucky Willigern da... Nein! Fuck. Ich bin hier runter gefallen. Das Schwert ist einfach viel zu schnell man. Ich hab über... Oh ne. Falsche Richtung. Ich nehm jetzt mal das einfach. Mal gucken was passiert. Bro, ach der hat die Hexe gespawnt. Oder war ich das? Das war ich? Ich hab die Hexe gespawnt. Ja, das ist die Hexe. Oh nice. Hä? Ist das? Es gibt auch ein Easter Egg, wie du mit den Halloween Lucky Blocks dir das Illuminati... Wie du Illuminati Stuff craften kannst. Ok. Ja. Ja. Oh. Du hast keinen Bogen, richtig? Keine Pfeile. Achso, ja genau. Stimmt, da war doch was, ne? Da war was, ja. Nein! Ey, das Schwert ist viel zu schnell, man. Woah. Scheiße. Für Lucky... Für Lucky Rush ist das Schwert echt nicht gut. Ich muss es mal richtig einsetzen. Oh! Lol. Lol. Ey, was ist das? Das sind die Creeper Potions. Alter. Ok. Ich muss das Ganze nicht einsetzen. Ich mein, das ist viel zu schnell. Warte, was kann ich hier noch? Nein! Ey, wieso falle ich hier rund? Ja, slash kill, sonst... Ah ne, das geht so. Perfekt. Hä? Boah, Alter, jetzt fick ich wieder. Was ist denn das für ein scheiß Schwert, Alter? Da, hab sie. Ja, ich sterb nicht, slash kill. Oh. Ich muss dich halt nur noch irgendwie töten. Ey. Ich sneeke, aber fall runter. Ey, was ist das für ein scheiß? Nimm das Schwert halt nicht in die Hand. Lol. Lol. Hä? Lol. Lass mich in Ruhe. Hä? Hau nicht ab! Bleib hier! Ah! Was? Warte. Wo ist der? Lol! Ey! Nein! Ey, das ist behindertes Schwert. Oh Mann. Na! Ich fall wieder rund. Ich komm auf so schnelle Sachen nicht klar, ey. Was machst du, Junge? Slash kill. Mann. Ah! Ich muss dich jetzt nur noch einmal runterboxen. Verdammt, Mann. Ja. Wow! Nein! 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 Ey, das ist schein, das ist echt. Weißt du, ich kann dich halt auch nicht hitten dann. Nein! Boah! Meine einzigste Möglichkeit ist halt das hier. Nein! Geh weg! Nein! Bist du jetzt runter? Nein! Verdammt! Hä? Warum bist du nicht bei mir? Weil ich hier langsam, aber sicher irgendein... Nein! 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 Ah! Läuft! Nein! Geh weg! Denk doch nicht, ich habe auch das Schwert. Ja. Verdammte Scheiße! Ich bin in den Zwischenraum gefallen! Oh Mann! 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 Ja, mach! Mach jetzt fertig! Bist du sicher? Ja, komm! Kann man ja nicht mit angucken, wenn du da immer runterfällst! Mensch! Wow! Was? Hast du dich gerade selber umgebracht? Nein! Du hast mich umgebracht wegen irgendwas, weil ich dich gehörtet habe oder so! Okay! Wow! Geht da zumindest! Warte kurz, ich mach mal nix! Oh ja! Die Gott... Die Gottdinge! Hä? Wieso kann ich dich nicht töten? Wow! Lol! Alter! 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 Lol! War ich das? Ja! Scheiße! Alter! Nein, ey! Ohne Witz! Ich kann nichts machen! Wenigstens etwas! Jetzt! Hä? Ich bitte dich! Lol! Ey, das hat übel geleckt gerade, man! Weil wir beide 2 Milliarden versus 2 Milliarden! Alter! Wie das geleckt hat! Krasser Scheiß! Ja, läuft Leute! Das war jetzt mal eine echt dumme Folge! Alter! Das ist so viel zu viel Speed! Echt so viel zu viel Speed! Wenn es euch gefallen hat, Leute, gebt dem Video einen Daumen nach oben! Schaut beim Basti vorbei! Und bis zum nächsten Mal! Tschüss!